das lasse ich auch einfach mal stehen denn wo kommt denn die kohle her von hier ok und die kohle ja dann trennen wir das hier mal dann hört das hier sofort auf dann kann die restliche kohle jetzt noch dahin laufen wo sie auch warte mal ah ok nee das hier das hier bleibt bestehen aber das nicht so jetzt haben wir hier nämlich diese stahlproduktion die jetzt halt auch flüssiger laufen müsste so jetzt muss ich mal gerade gucken das ist diese verbindung nicht dass ich die jetzt versehentlich da oben noch gekappt habe nö nö die läuft noch ok das ist sehr gut ok und jetzt ist die große frage ich habe jetzt nur noch ich sehe gerade ich habe in meinem lager noch kraftwerke und ich könnte hier stahlbeton produzieren warte ich habe das doch jetzt hier getrennt das geht jetzt einmal in die richtung und einmal hier runter hier waren kraftwerk das hilft uns jetzt aber nicht mehr weiter was ich jetzt bräuchte wäre der kram hier noch damit ich hier nochmal nochmal stahl produzieren kann warte ich muss jetzt erstmal was schauen ich muss mal hier was gucken also stahl stahl wofür brauche ich alles stahl ich brauche hierfür stahl da brauche ich das und das stahlrohre werden da schon produziert stahlträger fehlen im Grunde noch also die könnte ich hier auf jeden fall erstmal herstellen die rohre sind da aber fangen wir erstmal mit den stahlbetonträgern an das heißt ich brauche beton das ist hier links von mir äh rechts und diese stahlträger die einfach nur aus den stahlbarren gemacht werden ok also muss ich jetzt irgendwie ok pass auf wir machen das jetzt mal wir machen das jetzt mal so ok ok so und jetzt kommt hier noch eine noch so eine schmelze hin ich glaube genau gießerei was fehlt dafür rohre und stahlträger überraschung gut aber die rohre die kann ich ja hier rausnehmen ähm alter wie viel kohle ich mit mir rumschleppe ähm warte mal gut ok also nochmal ich brauche von diesen hier fünf mauchte ich davon fünf ja ja und noch 15 rohre habe ich so so jetzt ist überhaupt mal die frage wie ich das am besten baue vielleicht so gut das geht du machst mir stahl so und daneben kommt dann warte mal stahl mit stahl und beton zusammen das heißt ich brauche hier jetzt einen einen manufaktor den baue ich mal da so hin in den manufaktor da muss jetzt rein das au ne warte erst brauche ich einen konstruktor denn der soll aus diesen stahl dingern hier soll der die stahl träger machen diese stahl träger in kombination hallo äh 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 und das ding hier baut mir die. Das ist jetzt auch noch gar nicht mit Strom verbunden. So. Und an der Stelle hier brauche ich jetzt noch ein Bohrdingens, damit ich Steine kriege. Für so ein Bohrdingens brauche ich erstmal eine Rüstungswerkstatt. So geht das auch.